hallo natur und filmfreunde wandern ist eine so tolle sache es gibt kaum was gesünderes oder wohltuenderes als in der herrlichen frische der natur zu wandern all die düfte die schönen pflanzen die aussicht und die frische luft das gute gefühl im körper das man hat wenn man nach einem tag voller schöner erlebnisse vielleicht sogar tier sichtungen wieder in seinem gemütlichen heim ankommt das wunderschöne singen der vögel immer in den ohren hat es gibt kaum was mit dem man das vergleichen kann so schön es auch immer ist wir kennen es glaube ich alle beim abstieg ein stechen im knie zu haben beim aufstieg außer atem zu sein oder über anstrengte beine während der rest des körper sich fast lasch fühlt wer viel wandert sollte unbedingt darauf achten es nicht zu übertreiben sonst kann man im alter in form von gelenkschmerzen darunter leiden auch eine falsche rückenhaltung zerrt an den kräften und macht schnell müde für all das gibt es aber eine einfache lösung schon mein opa hatte früher immer wenn er mit mir als kind in die berge ging ein wanderstock dabei ich fragte ihn mal wofür die eigentlich sind ich hatte auch einen kleinen aus holz und bin halt immer damit gelaufen und habe mich irgendwann gefragt was sollen die helfen ich habe es natürlich falsch gemacht und er sagte es ist deutlich gesünder mit wanderstöcken zu wandern sie haben aber auch noch einige weitere vorteile die später erwähnen wird ich würde euch heute gerne ein paar wanderstöcke vorstellen die mir sehr gefallen die trekkingstöcke von glimnis ich zeige euch auch die handhabung und wie es sie bestmöglich einsetzen könnt viel spaß beginnen wir zunächst mit einer übersicht der stöcke sie kommen in einer kleinen nylon tasche in der auch das ganze zubehör platz hat die stöcke sind äußerst kompakt da sie in drei teile zusammengefaltet werden können dank dieses stabilen klettbandes das fest mit dem stock verbunden ist und so nicht verloren gehen kann sind sie auch einfach zu verstauen dazu gehört noch eine große auswahl an fußaufsätzen die wichtig für verschiedene untergründe sind außerdem sind zwei dieser praktischen klammern dabei mit denen man die stöcke zusammen klippen kann so bleiben die stöcke auch ohne tasche immer zusammen es wäre ärgerlich wenn man einen verlegt und dann nur noch einen hätte bereits mit ihrem lieferumfang sind diese wanderstöcke für den einsatz in jedem gelände bereit bei dem material handelt es sich um 7075 aluminium es ist äußerst leicht und eine der stabilsten aluminium legierungen ihre hauptverwendung in der luftfahrt findet das gewicht der stöcke liegt bei nur je 250 gramm die schwarze beschichtung ist ein schutz die ein angreifen des materials durch harte witterung verhindert die stöcke bestehen aus fünf einzelnen gliedern was sie noch mal zusätzlich stabil macht ein stock würde sich zum beispiel leichter durchbiegen hier werden die spannungen jedoch an jeder verbindungsstelle gebrochen und auf die einzelnen glieder aufgeteilt welche kürzer und daher schwerer zu biegen sind dies macht den stock äußerst robust der griff besteht aus einem weichen und sehr ergonomisch geformten schaumstoff der sogar bei nassen händen für einen guten griff sorgt für einen noch besseren halt sorgen diese handschlaufen sie bestehen aus einem dicken angenehm weichen nylon gewebe und sind stufenlos einstellbar der einstellmechanismus der handschlaufen ist sehr sicher und verstellt sich nicht von selbst dennoch ist er ohne großen aufwand nach zu justieren möglich ist dies durch einen mit der schlaufe verbundenen kunststoff keil gelöst wird dieser durch zug am losen ende danach kann man die größe der schlaufe ganz einfach durch ziehen am losen ende oder am oberen riemen der schlaufe einstellen der keil sollte dabei etwas festgehalten werden der keil lässt sich wieder hineinziehen indem man am unteren riemen der schlaufe zieht der aufbau der stöcke ist sehr einfach und nutzerfreundlich gehalten die einzelnen glieder werden durch einen starken stahl draht zusammengehalten damit diese nicht an dem aluminium gestänge reibt und es so abnutzt ist der kunststoff ummantelt man kann den stock einfach vertikal halten und hängen lassen so hat man nur noch das glied mit dem aufgedruckten pfeil nach unten zu ziehen bis ein knopf hervorspringt man muss nur darauf achten dass die glieder nicht verkeilen und sauber ineinander gehen um sie wieder zusammen zu packen muss man nur diesen knopf drücken und das glied mit den aufgedruckten pfeilen wieder hinein schieben danach kann man den stock ohne kraftaufwand gut auseinander ziehen und schnell wieder verstauen kommen wir jetzt endlich zum einsatz setzt man die stöcke nämlich richtig ein hat der ganze körper was davon und steigungen beginnen richtig spaß zu machen beim einsatz stellt man den stock zunächst auf seine richtige länger ein das geht bei diesen stöcken ganz einfach und schnell jeder stock besitzt ein einziges dieser flip lock system er lässt sich einfach öffnen und schließen und seine festigkeit lässt sich gut nachjustieren falls nötig die stöcke lassen sich von einem meter 10 bis einem meter 30 einstellen und sind bei meiner körperlänge von einem meter 97 noch gut verwendbar die richtige länge hat man eingestellt wenn die elle einen 90 grad winkel zum oberarm hat geht man bergauf ist der stock dementsprechend zu verkürzen sowie bergab zu verlängern beim laufen in der ebene ist es zum einen sehr gesund mit wanderstöcken zu wandern da die arme auch etwas zu tun haben und somit der ganze körper eingesetzt wird des weiteren helfen die stöcke sehr wenn man einen schweren rucksack hat die wirbelsäule und die gelenke der beine werden dabei ein gutes stück entlastet so lässt sich die natur auch mit viel gepäck deutlich mehr genießen beim bergab laufen sind die stöcke eine sehr große entlastung für die beingelenke und fördern die muskulatur in den arm man tritt ohne die hilfe der wanderstöcke deutlich härter auf und schadet seinen gelenken unweigerlich durch die hilfe der stöcke geht man automatisch schonender die gummierte griffoberseite die sich wie ein knauf greifen lässt ist besonders beim bergab laufen sehr angenehm beim bergauf laufen spürt man einen klaren unterschied die kraft die man benötigt teilt sich auf beine und arme auf der rucksack ist bei viel gepäck weniger eine last und es macht viel mehr freude bergauf zu laufen natürlich ist man durch das aufteilen der kräfte auch schneller wenn man das mag man kann sich aber auch noch mehr auf den genuss der natur einlassen des weiteren korrigieren die stöcke beim bergauf wandern automatisch die gekrümmte körperhaltung womit der gang deutlich gesünder ist wie zu anfang erwähnt kommen die stöcke mit einer großen variation an geländer aufsetzen die in jedem gelände für einen sicheren stand sorgen ohne aufsätze lassen sich die blanken spitzen welche aus wolfram bestehen und sehr hart sind auf einem gelände wie zum beispiel schotterstraßen verwenden fügt man diese kappe hinzu welche man einfach über die spitze drückt hat man auf rutschigen untergründen wie zum beispiel nass im holz einen guten halt die rundlichen gummifüße besitzen ein profil und greifen sicher auf asphalt die kleinen teller werden jeweils auf das gewinde gedreht das sich an den spitzen befindet sie lassen sich fest aufdrehen und sitzen sehr gut sie sind für weiche untergründe wie zum beispiel waldböden gedacht und verhindern ein zu tiefes einzinken der stöcke was hinderlich wäre die großen teller werden genauso angebracht und sind optimal für wanderungen im schnee die größere auflagefläche der teller bietet noch mehr sicherheit und verhindert wie auch die kleinen teller das zu tiefe einzinken der stöcke die trekkingstöcke von glimis sind einfach in ihrer länge zu verstellen bereits mit ihrem lieferumfang in jedem gelände zu verwenden gegen harte witterung geschützt und bieten einen optimalen halt für sicherheit auch im schweren gelände zudem sind sie dank des materials und eines intelligenten aufbaus äußerst stabil und dennoch überraschend leicht mit der richtigen anwendung hat man selbst bei sonst schwerem gelände richtig freude beim wandern und dank des geringen gewichts stören die stöcke überhaupt noch das kleine packmaß gefällt mir ganz besonders gut da ich meine ausrüstung gerne im rucksack verstauen so bleibe ich nirgends hängen und bei zugreisen zum beispiel habe ich noch das gefühl die leute zu sehr zu belästigen vielen herzlichen dank nochmal an die firma glimis die mir durch das zur verfügung stellen des materials dieses video erst ermöglichte deren shop sowie die trekkingstöcke in zwei verschiedenen varianten verlinke ich euch gerne unter dem video glimis bieten eine spürbare qualität jetzt hoffe ich das video hat euch gefallen wünsche euch ein schönes wochenende und herrliche wanderung in diesem schönen herbst euer taku